Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Am Titel habt ihr das schon gesehen und habt deswegen wahrscheinlich aufs Video geklickt. Es geht darum, wie ihr das Pferd bekommt, beziehungsweise wie ihr Zugang zum Stall bekommt, zum Stallmeister. Da steht ja zu Anfang des Spiels die ganze Zeit, ihr müsst die Quest abschließen, Donuts gefallen, um Zugang zum Stall zu bekommen, um dann hier die verschiedenen Pferde auswählen zu können. Und direkt vorab, Leute, es lohnt sich so extrem, sich das Pferd so früh wie möglich zu holen, um mit dem Pferd durch die Welt zu reisen, weil es einem so viel einfacher macht und so viel schneller ist. Ich zeige euch das gerade mal. Ihr könnt mit dem Pferd auch einen Boost machen und seid damit viel, 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 viel schneller unterwegs. Dazu kommt auch noch, dass die Gegner euch viel schlechter sehen. Das heißt, ihr werdet nicht die ganze Zeit verfolgt. Ihr könnt auch mal, wenn ein Gegner so in der Nähe ist, euch auf der Karte umgucken. Da ist ja ein kleiner Kritikpunkt, dass man kein Overlay mehr hat auf der Karte. Ich suche jetzt gerade mal ein paar Gegner. Also wenn ich jetzt hier stehe, die verfolgen einen halt nicht, wenn man auf dem Pferd ist. Man kann da Gegner sehen und die verfolgen einen nicht. Das ist ein extrem großer Vorteil, finde ich. Dann kann man sich hier mal ein bisschen umschauen. Das ist jetzt hier natürlich ein kleiner Spoiler, um zu erfahren, wie ihr das Pferd bekommt. Wenn ihr das nicht wissen wollt, dann jetzt auf jeden Fall abschalten. Und im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr müsst keine Nebenmissionen oder sonstiges machen. Ihr müsst auch keine Gebiete bereisen oder irgendwas suchen. Ihr müsst eigentlich nur die Hauptmission machen. Und da Hauptmission, also Akt 1 komplett abschließen. Akt 1, den gab es ja auch schon in der Beta. Der ist ja nur in diesem Bereich hier. Einmal komplett abschließen. Dann Akt 2 in der Trockensteppe abschließen. Und da werdet ihr dann auch Donan das erste Mal treffen. Und dann müsst ihr noch Akt 3 komplett abschließen. Und wenn ihr Akt 3 komplett abgeschlossen habt, dann gibt es beim Stallmeister eine Quest, womit ihr dann das Pferd bekommt. Also einfach Akt 1, Akt 2 und auch Akt 3 komplett durchspielen. Wenn ihr da ganz schnell seid, dann könnt ihr das echt in ein paar Stunden schaffen. Gerade Akt 1 geht recht flott. Und ja, Level ist im Prinzip auch egal, weil die Gegner ja auf eurem Level sind. Also da müsst ihr euch auch keine Sorgen machen. Wenn ihr also mit Level 15 im Akt 2 seid, das ist vollkommen egal. Ist wahrscheinlich sogar einfacher, umso niedriger das Level ist. Deswegen auf jeden Fall schauen, dass ihr das so schnell wie möglich macht. Und dann, sobald ihr das Pferd habt, steht euch die Welt offen. Also es lohnt sich wirklich extrem. Das Pferd macht nochmal das Spiel ganz anders. Spielt Akt 1, 2 und 3 durch. Und dann habt ihr das Pferd. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, über mehr Diablo Zeug, dann auf jeden Fall ein Follow da lassen. Ich würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen und würde sagen, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein! Bis zum nächsten Mal! Tschüss airplane! Bei ihrails zu spielen!